ja herzlich willkommen zu lego harry potter die jahre 1 bis 4 machen weiter beim gefangenen von azkaban drei spiele gleichlaufen kanal das ist ein bisschen viel ich bin gespannt ob das alles so hinhaut wir haben jetzt montagnachmittag 15 31 also die folge um 17 online seite jetzt kommt ja das wird nichts glaube ich gründe dafür möchte ich jetzt nicht näher ausführen sagen wir einfach manchmal läuft das leben nicht so wie man es sich gerne wünscht auf meiner familie muss irgendwie eine art fluch leben an prioritäten lagen auf jeden fall zunächst einmal woanders jetzt zwangsweise hallo ich soll da einen bildschirm okay warte des rumtreibers aber wer ist das die müssen wir mal nachgehen habe ich die karte des rumtreibers auch in der hand die karte des rumtreibers auch in der hand ich brauche zwei schlüssel ich würde schon mal den hier nehmen ne eins von fünf okay bau mal zusammen und dann haben wir auch schlüsselnummer zwei das läuft bisher sehr gut dann machst du bitte auf die karte des rumtreibers auch in der hand das ist morgen Kaputt. Ich kann den nicht anvisieren. Schade. Alle wilder wach machen. Hier ist das Dich. Danke. Harry, der Zerstörer. Yay, Groovy. Gab es dafür eigentlich irgendwas, mit dem die Anmacht? Ne, ne? Ach, hier hat das Bild wach gemacht. Das ist ja geil. Jetzt haben wir eine Tastne Skelett da drin. Cool. So. Können wir noch nicht? Er kann ja noch nicht. Ähm, Ronnie Boy, mach du mal. So. Doof, dass Harry es noch nicht kann, ne? Oh, was zum Bauen? Was bauen wir da Schönes? Wir bauen... Nein. Was ist... Ah. Ah. Für ein Stärketrank. Stärketrank. So. Dann haben wir den Hammer. Mit dem können wir jetzt was machen? Erstmal noch gar nichts im Schussgefühl. Ähm. Letzte Ritterrüstung. Dann Lampe. Da oben. Tada. Gut. Haben wir das schon mal? Ah, warte. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen mit dem Hammer dann das Ding da kaputt kloppen. Kann das sein? Ja. Ähm. Skelett. Ich höre irgendwo einen Mitschüler, der in Problemen steckt. Aber ich kann gerade nicht sagen, wo. Ähm. Pink. Das war falsch. Wir brauchen unten Grün. Okay. Da. Okay. Dann brauchen wir Rot. Gut. Arbe der Liebe. Äh. Da. Wenn wir hier... Ah. Da ist ein Skelett, Mann. Dankeschön. Und dann das Letzte noch. Wo könnte das versteckt sein? Ob wir der Harry noch Ron können lesen? Das... Oder kannst du inzwischen lesen? Nee. Kann er nicht. Wie hast du eigentlich das da rausgerüstet? Geh mal wieder auf... Äh. Weißt du was? Nimm den hier. Ist ja egal. Äh. Ja. Gut. Ach. Die Kiste. Kann ich die vielleicht? Hm. Kann ich hier mit dir vielleicht... Ah. Dafür war der Hammer gedacht. Okay. Oh. Einmal Spinat trinken. Und dann das hier nehmen. Uh. Bearschen? Warte. Dann müssen wir gar nichts machen. Da fehlt uns der passende Zauber zu. Schade. Ja. Ach. Da kommt diese Katze hin. Ähm. Ja. Ronny Boy. Du musst mal ganz kurz hier... Äh. Das das manchmal nur mit A geht, ne? Womit ich mit Y noch denselben Zauber verschieße, ist ein bisschen bescheuert. Aber gut. Komm. Nicht kaputt. So schön. Hallo. Ich würde gerne durch. Oder du gibst mir einfach irgendwas. Ist auch gut. Hm? Ja. Ja. Ich sehe schon. Hier gibt es eine rote Spinne für. Die werden wir wieder irgendwo brauchen. Ups. Da. Und so. Wo brauchen wir die wieder? Ja. Ja. Hier schon mal mich. Okay. Ja. Hier ist was. Klar, ich mache den Brunnen an und er explodiert erst mal. Beste Konstruktion ever. So baue ich meinen Brunnen auch. Ich lasse ihn einfach erst mal mal explodieren. Ja. Dann brauchen wir noch ein Hähnchenschenkel und was auch immer das andere war. Fledermausaugen oder so. Bin aber auch gemein, ne? Ich schieße erst mal die Katze ab. So. Spaß. Was willst du, hä? Der Schüler ist dahinter. Ich weiß. Aber ich kann den nicht befreien. Ich habe den Zauber nicht dafür. Du Sack, lass mich in Ruhe. Ich kriege ihn jetzt. Und das letzte müsste ja auch irgendwo da oben sein. Weißt du was? Ich bin Harry und ich mache der Ball hier was anderes. Okay? Wenn du Spaß dran hast. Das müssen wir beide machen. Ich muss den Typ da irgendwie ab... Hier. Hier. Dann gibt der mir auch einen Zeiger. Okay, das lernt gerade ein bisschen. Kann ich die blöde Katze nicht verwandeln, dass sie was anderes ist? Oder ihm? Der ist zu schnell wie der Fit? Der ist zu schnell wie der Fit? Der ist zu schnell wie der Fit? Komm schon, Ron. Mach! Der ist viel zu schnell. Die Katze drängt mich immer weg. Ich kriege den nicht. Boah, nervt der Vogel, ne? Boah, der nervt. Kann man nur einen so nervtötenden Charakter entwickeln? Wann ist das? Da drin ist noch irgendwas. Ah, Fred Pullover. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Eigentlich... Ich krieg den auch nicht mehr ausgeschaltet jetzt. Was nervt der? Hau nochmal ab. Was soll denn das? Wie werde ich den am besten los? Die Katze? Ich müsste Ron vielleicht gar nicht wechseln. Komm mal wieder beide hierher. Scheiße! Mann! Keiner meiner Zauber hilft irgendwas gegen denen. Oder so ne trofe Katze. Ach warte, vielleicht kann ich mit Harry ja mich unsichtbar machen. Na ja, hätte ich nicht mehr gedacht. Ron, bleib mal wo du bist. Es war noch beides drauf, du Arsch! Boah, ich hasse den Vogel so sehr, ne? Ähm. Hä? Ähm. Was? Ähm. 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 Warte mal. Krieg ich letztes Teil vielleicht von hier unten irgendwo her? Ich bin gerade ein bisschen, ähm. Ein bisschen leicht verwirrt, muss ich ja zugeben. Lass ihn mal wieder hier. Okay. Ich, äh. Puh. Hier gibt's auch nichts Spannendes zu finden. Da gibt's noch die Schaufel. Ich guck jetzt mal hier unten, ob's hier vielleicht irgendwas zu finden gibt noch. Für den Trank. Das wäre den Trank, der wir vielleicht brauchen. Okay. Okay. Das erklärt's natürlich. Und jetzt funktioniert's auch. Okay. Hm. Ich brächt' mir einen Slitherin dafür. Scheibenkleister. Bauen. Anvisiert bekommen, was natürlich immer in diesem Spiel ein Spaß ist. Geht's jetzt? Ah. Okay. Ich brauche erst beide Kisten. Und dann geht's. Hm. Oh. 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 Oh ich Floor, das spricht gespielt. Die ich habe einen Schlüssel mal ankles. Und eh. Mach auf da Und du fang Level abgeschlossen Sehr gut Erstmal einen Schluck Tee Ja Das liegt doch super 20 Minuten knapp Wow Ich würde aber sagen Wir machen dann hier einen Folgencut Und starten dann die nächste Folge ganz frisch Oder? Frisch im Kapitel starten Und deshalb sage ich mal Vielen Dank fürs Einschalten Und wenn es euch gefallen hat Ihr wisst ihr was machen könnt Um mich zu beschützen Ansonsten Macht's nicht gut Macht's besser Euer Schraubsel Bis zum nächsten Mal Ciao